Der Zwerg hat ein Problem, dass ihm dauernd der Hut auf die Nase rutscht. Und wir machen mit Spielen Spaß nach, wie man mit einem Hut umgehen muss, wenn er nicht auf der Nase sitzen soll. Also wenn ich die Fliegenplätze wäre, dann weiß, wie man mit dem Hut umgeht. Ich schicke mich jetzt wieder in den Schlaf, sei nicht sauer. Okay, Zwerg. Du bist der Problemzwerg, ja? Okay, alles klar. Ein Hut, ein Hut, der steht dir gut, wenn er nur richtig sitzt. Tut doch, hat er auf der Nase seinen Sitz, verpasst du dir, das ist kein Nütz. Siehst du einen schönen Pudding und dein Bäuschlein ist so leer. Möchtest du gleich 20 Schüssel, doch nach zwei kannst du nicht mehr. Vieles, was du kannst, willkommen ist dir einfach mal zu groß. Man hat oft sich übernommen, spielt der Dienstgeheule los. Die Luftballons sehr viele haben, möchtest du ganz unbedingst. Du hast zwar dann alle Fahnen, doch sie fliegen, lenkt geschwind. Auf den Hüstenbahn zu klettern, das schaffst du ganz frisch und mutter. Doch nur mit des Opas weiter kommst du, wenn nicht wieder runter. Ein Hut, ein Hut, der steht dir gut, wenn er nur richtig sitzt. Tut doch, hat er auf der Nase seinen Sitz, verpasst du dir das. Tut doch, hat er auf der Nase seinen Sitz, verpasst du dir das.